Herzlich willkommen zum Wochengruß Nummer 2245 aus der Zukunft, weil wir haben gerade darüber geredet, da hat sich ja die Frage ergeben, ob der Wochengruß sich eigentlich auf die letzte Woche bezieht oder auf die nächste Woche. Also berichten wir jetzt das, was war oder erzählen wir von dem, was gewesen sein wird? Und wir würden sagen beides. Genau, in entsprechender Reihenfolge. Wir sind so komisch drauf, weil jetzt gerade der Blog des Modeling Practitioners zu Ende gegangen ist, was der letzte war. Ich bin wirklich ein bisschen gaga drauf. Und der war so abgefahren und cool gleichzeitig, dass ich mein Gehirn sortieren muss. Wir haben am Ende nämlich ein neues Format gemacht, was hieß Folge deiner Intuition. Stärke deiner Intuition. Folge deiner Intuition. Folge deiner starken Intuition. Irgendwie so. Stärke die Folgen deiner Intuition. Also ihr seht, wir waren uns, was den Titel angeht, schon sehr einig. Genau. Und das macht natürlich gerade beim Erkenntnis-Typ komische Sachen der Intuition zu. Ach, du einfach. Ich fand es heute wirklich sehr, sehr spannend, mal zu beobachten, dich, Ralf, in deiner totalen Kraft zu erleben. Mehr noch als sonst, weil ich finde, dass dieses Modeling, also was wir heute da zusammen gemacht haben, aus den Gruppenwünschen zusammen ein Format zusammenzubauen und gemeinsam zu überlegen, wie können wir jetzt hier Formatelemente und Schnipselchen so anordnen, dass wir am Ende ein Format haben, was wirklich funktioniert und was halt wirklich für die Gruppe konkurrent, überzeugend funktioniert. Und dann eben das, frage ich mich auch. Mach nichts, hilfreich. Und ich fand es einfach so schön, diesen Experimentiergeist, wie es damals irgendwie in den Wild Days gewesen sein muss, irgendwie hier auch in der Gruppe gegeben hat, dass wir halt ein Format ausprobieren und das dann in Kleingruppen gehen und dann üben und gucken, da quixt und knurpselt noch irgendwie was. Und das hat so einen Spaß gemacht. Ja, der Wild Sunday war heute definitiv. Weil hinter dir ist ja sogar noch die Wunschliste. Also ich habe gefragt, was soll denn alles drin sein in dem Format und die Wunschliste war, es sollen drin sein Ressourcen, möglichst wenig Probleme, viel gute Laune. Ich habe mir gewünscht eine NLP-Integration, eine Teilnehmerin wollte das wie einen Persönlichkeitsteil erschaffen. Man soll die Ressourcen selbst abrufen können, man braucht einen Teilnehmer in der Zukunft, ein Swish sollte drin vorkommen, eine Vakuk-Trance. Daniel wollte gerne außer sich sein. Vor Freude. Vor Freude und auch noch einen Alltagsanker mit drin und das Ganze bitte in ein Format reingepackt. Na, wenn es sonst nichts ist, machen wir doch. Ja. Und jetzt kommt nämlich das Coole, dass Yves war die Testklientin. Das heißt, wir haben es dann gebastelt, das Format, und dann gab es einen Probelauf und der war mit dir. Und der hat fast ein bisschen geklappt, oder? Der war super. Kurz und Schmerzenshaus, oder? War nur ein paar Minuten, aber sehr effektiv. Nur ein paar Minuten, der war doch recht zackig. Und mit kaum Änderungen. Der war eine halbe Stunde. Es kam mir vor, wie zwei, drei Minuten. Das nennt man Trance. Es ist viel Trance auch dabei. Genau. Sonst was Berichtenswertes aus deiner Warte? Einiges hat mir den Boden unter den Glaubenssatzfüßen weggerissen. Nee, es ist gut meiner Intuition jetzt folgen zu können. Können konntest du vorher auch schon, aber jetzt suchst du es halt. Aber jetzt kann ich ihr richtig nachgehen. Sie war sogar ihre eigene Intuition. Wir haben einen Positionswechsel gemacht. Sei deine eigene Intuition. Und einen Trick verrate ich, weil den fand ich echt cool. Wir haben der Intuition NLP beigebracht, sodass die Intuition jetzt mit Hilfe von NLP-Techniken Yves und alle, die das Format machen, davon überzeugen kann. Folge mir. Ich folge mal meiner Intuition und gehe nochmal ein bisschen weiter zurück. Und zwar zur Formatanalyse, weil die war besonders für mich, weil die hat so den Weg geebnet. Und Ralf spricht ja auch gerne über Schule. Und ich muss sagen, wenn man gerade sich auf Sprache bezieht, man macht ja Gedichtanalysen, Textanalysen, alle möglichen Arten von Analysen in der Schule. Und die Formatanalyse macht wirklich Spaß. Hoffentlich gucken meine Deutschlehrer das nicht. Schöne Grüße. Und nee, das ist auf jeden Fall besonders, weil man endlich mal die Strukturen, Syntax, alles von Sätzen und Worten und dieser Kombination auseinandernehmen kann. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann auch eine Besonderheit, nämlich für die Formatanalyse, für die Zertifizierung. Was mir sehr gut gefallen hat, danke an die Assistenten, an alle. Und zwar, tut mir leid, du warst jetzt gar nicht dabei, aber zwischen Christian und Daniel, ich würde es mal das Bettel nennen. Weil sie haben sich hervorragend widersprochen, mir Tipps zu geben. Und dann habe ich tatsächlich bei Daniel ein bisschen Tipps abgeholt. Die Auswertung oder die Version, womit er zufrieden war, an Christian geschickt. Christian sagt dann, nee, das geht so nicht. Bitte nochmal auf das achten und das achten. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Und NLP deutlich, meine NLP-Skala vergrößert, so würde ich es nennen. Cool. Das ist genial, wie flexibel es ist und auch gerade, danke an die Assistenten. Wobei ich wirklich auch sagen muss, wenn du es dann nach noch an Angela geschickt hättest, das hätte dich geknallt. Dann hättest du den richtigen Drive gekriegt als Handeln. Dann hättest du, weil dann wäre das drei komplett gewesen. Aber schön ist es, finde ich, dass die Idee sich verändert, den Teilnehmern schon im Praktischen Formatanalyse beizubringen, damit wir hoffen, dass es im Master und im Trainer deutlich einfacher und normaler und selbstverständlicher ist. Für die, die es jetzt zum ersten Mal das Sehen und Hören, also mit Formatanalyse meine ich, dass es darum geht zu verstehen, wie ein NLP-Format funktioniert, was dann den Vorteil hat, man weiß, was man tut. Das kommt nämlich im NLP nicht jedes Mal vor. Also häufig werden Formate quasi auswendig gelernt, wie Zaubersprüche und dann einfach auswendig erzählt, wie wäre es eine fremde Sprache. Und man weiß aber nicht so hundertprozentig, was man eigentlich macht. Und mit der Formatanalyse ist halt wirklich klar, warum ist dieser Schritt da, wie genau wirkt er, wie ist er aufgebaut. Und das macht das Format wesentlich sicherer und vor allem halt, es gibt die Möglichkeit zu variieren. Ja, und aufgesehen an den Arbeiten, die Masterarbeit oder Trainerarbeit, wo wir ja viele immer dran sitzen und nicht den Mut haben, das zu machen, das üben wir schon vorher, sodass es nur noch ein kleiner Klacks ist und das Niederschreiben ist. Und schon ist der Trainer oder der Master in der Tasche. Ich finde, das hat schon ein echter Vorteil. 20 Jahre wollen wir ja nicht darauf warten. Genau. Bis der nächste sein Trainer abtut. Guck gerade Dominik nach seinem Taschentrainer. Genau. Der Taschentrainer ist ja nicht da, muss ich noch machen. Der kommt ja, jetzt machst du ja den Master und dann kannst du den Taschentrainer machen. Jetzt habe ich erst mal einen Practition in der Tasche. Dann hat er den Taschentrainer in der Trainertasche. In der Trainertasche, genau. Dann kommt der Master und dann kommt der Trainer. Was war sonst noch? Gestern war die dritte Folge der Newsletter-Serie über glückliche Beziehungen trotz NLP. Beim ersten gab es 44 Kommentare, beim zweiten gab es acht Kommentare, beim dritten könnte dein Kommentar der erste sein, weil Stand jetzt gibt es da noch gar keine Kommentare. Ich glaube, die haben sich alle erschöpft. Aber das geht bestimmt weiter. Die Abozahlen vom YouTube-Kanal steigen in ungeahnte Höhen. Wir sind bei fast 650, das finde ich also auch beeindruckend. Da kommen echt pro Woche, also fast jeden Tag ein halber oder so dazu. Also wir schaffen irgendwann die tausend, das freut mich auch. Letzte Woche war Dagmar, stimmt's im Webinar? Kann sein, ich habe es auch nicht. Ja, sie hatte doch in ihrem Status die Bilder gezeigt. Das war ganz großartig. Wie man große Ziele erreicht mit Dagmar. Also Dagmar's Strategie steht noch online. Ja. Steht noch online. Ich kann sogar noch bis Donnerstagabend gucken, die Strategie von Dagmar, wie man große Ziele erreicht. Diesen Donnerstag komme ich mal wieder im Studio Jablonski live von hier, weil am Mittwoch geht der erste Block los vom Trainertraining hier und Donnerstag ist Studio Jablonski und von unserem Team konnte niemand so richtig, warum du eigentlich nicht? Wir müssen mal gar nicht irgendwie drüber reden. Jedenfalls keiner konnte. Ich habe gesagt, na gut, dann mache ich es halt. Und das heißt, ich mache dann von hier aus live als Teil des Trainertrainings eine Stunde Studie Jablonski-Webinar zum Thema Gedächtnis. Wie heißt das Ding? Gedächtnis? Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Gedächtnis-Training. Training? Kann sein. Ah, diese Dings war es. Gedächtnis-Dings. Genau, wir machen Gedächtnis-Dings am Donnerstag. Dienstag kommt ein Podcast, wie immer. Genau. Wollen wir noch irgendwas Gutes über die World of NLP sagen? Was fällt dir denn ein gutes Einladungsmacher? Dass du auf die World of NLP gehst, bitte dort 2000 Punkte sammelst und dich danach für diese 2000 gesammelten Punkte gratis anmeldest für einen super tollen Tag Modeling im Alltag am 4. Advent, den es gratis gibt für 2000 Punkte auf der World of NLP. Und nachdem Yves da Mentorin ist, sagt sie verlässlich, es ist möglich, diese 2000 Punkte in wie vielen Stunden zu ergattern? In wenigen Stunden nicht, aber in wenigen Tagen. Und wie ist der Trick? Was bringt die meisten Punkte? Webinare gucken, E-Books lesen. Und Fragen dazu beantworten. Und jeden Tag einloggen. Weil wenn du dich jeden Tag einloggst, auf der World of NLP geht es immer mehr Punkte. Irgendwann kriegt man hunderte von Punkten, allenfalls einloggen. Und darum wäre das schön, wir würden uns da sehen. Das war der Wochengruß von... Hat noch jemand irgendwas nachzutragen, zu sagen? Nicht? Dann hören wir auf. Das war schön. Und in diesem Sinne, komm gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.